Er freut sich. Es gibt noch mal schönes leckeres Barf. Der Filou, der verlässt uns morgen schon. Aber es ist auch Zeit. Die sind echt groß und ziemlich weit irgendwie. Hallo, da schmatzt er, der kleine Filou. Und kommt noch mal in die Kamera gucken. Filou, morgen bist du bei deiner Familie. Schmatz, 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 schmatz. Die Süßen. Dann sind sie nur noch ein Duo. Ach, der hat sich ein großes Stück geholt. Der hat sich da irgendwie einen ganz großen Knorpel geholt und kaut drauf rum. Schmatz, schmatz. Filou, vielleicht solltest du das für später... Ach, dann hat er es runtergeschrieben.